Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play mit dem Freezy zusammen. Und den Manus. Oh, da ruft uns jemand. Da vorne ist ja schon einer. Das Essen ist fertig. Ja, The Hunter, The White Corn, meine lieben Freunde. Wir hier zusammen im Multiplayer unterwegs. Wir haben uns das Ganze schon mal im Stream angeschaut. Und haben uns jetzt doch dazu entschlossen, ein kleines Let's Play draus zu machen. Wie lange, wie gut das Ganze läuft, das hängt von euch ab. Ja, deswegen schreibt mal in die Kommentare, ob es euch gefällt, ob ihr das sehen wollt. Da, Handa, mit uns zwei Bobos hier. Wir sind natürlich, jetzt sage ich mal, nicht die erfahrenen Jäger. Ja, und lasst mal das Däumchen da. Genau. Genau. Wir sind nicht auf der normalen Map, sondern wir sind auf der zweiten Map. Also es gibt ja zwei Maps und wir sind auf der zweiten Lake irgendwas. Ja. Ja, Freezy hat ja schon gesuchtet wie Sau. Ich muss noch ein paar Sachen entdecken, beziehungsweise auch einfach mal ein bisschen was schießen, dass ich auch ein besseres Equip bekomme. Ja, ich bin jetzt schon ein paar Level gestiegen. Deswegen sieht man hier bei mir die ganzen Fußabdrücke schon kilometerweit. Ich habe da schon ein bisschen reingeskillt. Ja, okay. Ah, da sind Fußabdrücke. Die sehe ich auch gerade. Oh, lol. Das sind nochmal eine Menge. Alter, was war denn hier denn für eine Party? Ah, ein Tränkgebiet. Okay. Und hier sitzen wir nicht immer voll viele. So, mal gucken, ob wir hier was weghauen können. So, ist natürlich eher so ein bisschen die ruhigere Nummer hier. Genau. Das heißt, ein bisschen Themen-Talk, das heißt, ein bisschen Schnauze halten auf der Jagd und eben, ja, ein paar Bären durch ihren Anus erlegen. Das kann Freezy besonders gut. Ja. Ich würde gerne mal diese Scheibe von meinem Fernglas putzen, aber. Oh. Da hinten, aber das ist ziemlich weit weg, oder? Problem ist, die meisten stehen direkt bei uns vor der Nase, aber manchmal sieht man die gar nicht, weil die scheiß Büsche und Bäume hier sind. Merkst du auf einmal nur noch, wie von links irgendwas nach rechts rennt und dann... Wer, weiß ich denn, wie spät es ist? Muss ich jetzt mal ganz blöd fragen. Äh, hier im Game? Ja. Dein, äh, mit Tab dein Ding öffnest, dein GPS hast du oben links die Uhrzeit. Ach, er. Gut jetzt. Was ist jetzt? Ah, mit dem Fernglas, das sieht immer so lustig aus. So. Da eigentlich was rumrennen. Ich habe hier immer was geschossen. Bären. War mal ein Elch. Hm. Abwarten, ne? Wir sind hier direkt an der, äh, Trinkquelle. Ja, aber da steht ja auch eine Uhrzeit. Ja. Ach, genau. Wie viel haben wir es denn? Ja, Pangeti? Äh. 0 bis 15, ne? Ne, guck doch mal bitte. Kannst du es dann sehen? Äh, an der Trinkquelle. Hier ist sogar noch eine zweite Spur. Lassen wir jetzt mal außer acht. Hier so ein bisschen links, versuche aber immer bei dir in der Nähe zu bleiben. Mh. Mh. Ui. Brunftschrei. Ja, der hatte ich noch nicht entdeckt. Das ist schon mal gut. Der will poppen für sie. Ja. Die kleine Kinder machen. Das ist irgendwo da oben. Weiß nicht, ob wir hier hochgehen sollten? Kann ich tun. Von da kommt auf jeden Fall der Berufsschrei. Mal hin da. Müssen wir schneller legen. Ich habe keinen Bock, sein Weibchen zu sein. Bespricht der nicht, ey. Bedürfnisgebiet. Oh, okay. Passwärtsgerang gekommen. Also hier ruhen die. Bis 13.30 Uhr. Na gut, dass es 14.57 Uhr ist. Ich glaube, den Berg schon mal ein bisschen hoch. Ja. Guck, ob ich den kleinen Geist. Ich habe keinen Bock, finde, ey. Weit runtergegeben, meine Tarsleiste hoch. Das ist voll nervig, ey. Musst du mal die Maus runterziehen, also dass sie hochgeht. Und dann die Maus noch weiter runterziehen und dann wieder langsam hoch. Dann hast du das Problem eigentlich gelöst. Du drückst einfach Escape und dann hast du ja die Maus und ziehst sie nach oben. War schon wieder Brunftschrei, Alter. Aber das ist übelst nah. Ja, das ist jetzt in der Nähe sein. Oh, da sind zwei. Oh, das war ein Wanderruf jetzt. Er hat uns gehört sehen. Wochen oder so. Jetzt hat er mir einen Wanderruf geschickt. Ja. Scheiße. Wo soll denn der sein? Okay, dass er irgendwie oben da auf dem Berg rumlungert. Meine Spur, die ich hier folge, führt auch noch da oben. Er hat ja letztens mit Marco ein bisschen gespielt. Der hat, also der hat das Spiel von mir gekriegt. Und da ist der auf der anderen Seite gespawnt, ist dann gerannt zu mir hin und die Viecher sind alle zu mir gerannt, weil die sehr aufschrecken. Und dann habe ich die erlauben. Hat sie quasi zu dir getrieben. Genau, ja. Ach, kann man auch machen. Und zwar gab es wieder einen Brunftschrei, aber das muss direkt hier vor meiner Nase sein. Dann bleib auf jeden Fall gedückt und nicht rennen. Nee, nee, das ist schon klar. Während hätte ich jetzt Lust. Oh, da macht er wieder einen Wanderruf. Oh, ja. Schwarzmädelhirsch vor allem. Da ist er. Nein, ab. Das ist aber nicht. Was? Das ist er doch nicht. Das ist irgendein anderes Vieh. Mal ab. Ach Gott, jetzt bin... Nein, wie dämm. Dumm, jetzt weiß ich denn der Taskleister. Oh, scheiße. Drei Stück insgesamt. Ein Viecher? Ja. Seien getroffen bin? Fuck. Ach, ist das dämlich. Ach, war das wieder blöd. Hast du einen getroffen, wenigstens? Äh, ich weiß es nicht. Zwei mal auf dem Schwarzmädel. Es waren ein Menschen und zwei Weibchen. Okay. Oh. Oh, jetzt hast du geschossen. Jetzt ist ja erstmal alles aufgeschreckt. Noch was? Warnruf. Oh, Blut. Oder? Blut? Dann hast du getroffen. Nee. Göttelchen wahrscheinlich, die sehen so aus wie Blut. Losungen. Ja. Tschüss. Das hat eingeschissen, Alter, weil ich auf ihn geschossen habe. Eine Muschi, ey. Da hinten. Ich kriege das Warnruf. Ja, das sind mehrere, da hast du wohl recht. Die machen die Warnrufe zweimal hintereinander. Aber wo sind die hinten? Ich muss doch mal irgendeinen davon hier getroffen haben. Das ist doch nicht normal. Da ist er. Ach, da bist du ja. Für den Berg hochzukommen, aber irgendwie. Was ich den nicht getroffen habe, wundert mich halt extremst. Okay, da haben wir was. Das die Viecher auch einfach nicht umfallen. Ja. Ich glaube, das ist umgefallen. Vielleicht hast du schon was? Ja. Da wendet er. Das glaube ich nicht. Das ist nicht normal. Ach, komm, hau ab. Ach. Das ist doch ein schlechter Scherz. Aber kann man mal erzählen, warum, warum die nicht umfallen, wenn ich genau drauf halte? Ja. Der Gewehr hat nicht so viel Power. Das heißt, diesmal habe ich einen Schuss müssen wir schon richtig gut treffen. Irgendwie Lunge, Herz oder sowas. Oder direkt hier. Ja, also Power hat das Ding hier gar nicht. Also diesmal habe ich aber einen Treffer gemacht. Also diesmal ist Blut. Ja. Okay, nochmal Blut. Oh, ein Geschiss hat er auch noch unterwegs. Das, äh. Sag ich dir an, was für eine Woche? Ach, ne, so weit hast du ja auch noch nicht. Schon gut. Hier ist wieder Blut, warte. Blutungsgrad gering. Äh, ach. Ich glaube, ich muss extrem nah ran, ey. Und mit dem Gewehr hier irgendwas wegzumalern. Ja, auf jeden Fall mit dem Gewehr müssen wir näher ran, also 70, 80 Meter auf jeden Fall. Kannst du die Entfernung irgendwo anzeigen lassen? Äh, im Moment noch nicht. Wenn du ein Level gestiegen bist, dann kannst du das killen, dass du dir, wenn du drauf zielst, die Entfernung mit anzeigt. Aber natürlich am geilsten ist natürlich so ein Entfernungsmesser, ne? Kostet natürlich einiges. Das, Alter. Das ist ein guter Warnruf, der war hier rechts von dir. Ich frage mich, wo dieser Kackbock ist. Warte mal, hier ist noch eine Pferde. Tja, Fußsporn. Aber wo gehen sie hin? Da. Hier ist nochmal Blut. Ne, nochmal Ködel. Alter Schwede. Äh, und dann geht's hier runter? Nochmal Ködel. Was ist denn hier los? Kann ja nicht sein. Tja. Ja, was? Ich hab hier noch gar nichts gesehen, ne? Sieht schlecht aus. Sieht sehr, sehr schlecht aus. Hier hinter. Hier ist aber nichts. Ja. Scheiße. Ich hab auch noch nie einen Kojoten geschossen, ne? Ne. Die habe ich verloren. Die habe ich verloren, das Ding ist durch. Scheiße. Wo wollen wir hingehen? Ich hab hier gerade so, bin grad scharf auf dem Kojoten hier, denn hier die ganze Zeit rumwäld. Ja. Können auch gleich noch mal. Ah, da ist er. Mein bleibt doch stehen. Wo läuft der hinten? Schon mir? Äh. Wir hätten da auch. Was denn? Und das Wasser, vielleicht haben wir da noch mal Glück. Na. So. Soll ich dir normal? Ich bin auch normal, ja. Ich lauf gedückt sogar noch. Gedückt? Jetzt gerade stehe ich. Ich finde aber auch keine Ahnung. Ach, warte mal, doch hier ist eine Spur. Im alten, ähm, da hat man für Spurenlesen auch noch Punkte bekommen. Ja. 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 Schwarzwedelhirsch. So, das warst du. Ich dachte, wo ist das? Nee, nee, jetzt war ich. Scheiße. Oh, ey, diese blöde Tars-Leiste, ey. Ich lauf noch gebückt hier. Ich lauf gebückt. Ich hab ne Spur aufgenommen. Tschüss. Was? Tschüss. Oh. Oh, ich hab ne Rundschaft, die skandinavische Meile. Hm. So, dann würde ich sagen, ob die Spur uns zu einem Schwarzwedelhirsch führt. Sehen wir in der nächsten Folge. Meine lieben Freunde, lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sind erst mal raus. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Rektor.